mein leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen fifa mobile 22 video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder mit am start seit freunde und ja gestern kam ja das video zum rivalries event raus was alles video play ist falls ihr das verpasst habt checkt auf jeden fall noch mal unbedingt ab da könnt ihr halt erfahren was ihr free to play erreichen könnt und was free to play möglich ist also checkt scan ab falls ich gemacht habe dazu gibt es noch die nächste info und zwar am dienstag um 19.30 bin ich freunde dann machen wir das erste bank opening rivalries event ich habe richtig bock freunde weil mir gefällt das event einfach nur richtig gut man kann so viele geile sachen machen man kann sich so coole spiele abholen auf jeden fall da gibt es dann am dienstag den stream und ja ich habe ja meinen plan bekräftigt ich werde mir sancho holen freunde haben im premier league fahrt so heißt es ja werde ich mir einen jaden sancho und das ist auf jeden fall mein ziel ich weiß noch nicht ob ich tickets ausgeben werde wenn ich tickets ausgeben muss werde ich es machen ich habe mir den premier league pass geholt vielleicht kann man das ja dann auch ohne ticket schaffen aber sonst handeln den möchte ich einfach nur unbedingt haben weil er passt so perfekt ins team und ja ich hätte ich könnte ja auch wahrscheinlich ein theoretisch warten aber wenn man überlegen bundesliga rf gibt es jetzt mal für nicht geil und so einen geilen ich weiß nicht vielleicht kommt la liga noch mal richtig geiler aber ich habe mich erstmal für sancho entschieden genau das ist auf jeden fall erstmal mein plan freunde was machen wir heute im video wir öffnen heute die ersten packs oder besser gesagt die ersten spiele aber ich habe mir die pässe geholt und da können wir jetzt uns die ersten spiele abholen vielleicht öffnen wir auch mal noch mal zum umtausch pack warte ich damit ich euch das gut zeigen kann was ich meine welches umtausch pack das gab es glaube ich bei ar angebote genau das hier das können wir können wir eigentlich auch noch mal probieren genau und freunde ich habe noch eine planänderung ich habe noch eine planänderung die werde ich euch auch gleich mitteilen aber erst mal gehen wir den starpass weil ich habe mir den starpass geholt und jetzt kriegen wir erstmal hier einen martinez und ich freue mich jetzt schon mal auf die pack an dem maz und ich hole mir erst mal die anderen sachen jetzt ganz schnell ab die 250 realität tickets und 50k coins und freunde ihr wisst ja diese pack animation hatte ich ja schon gestern oder vorgestern liegt schon gezeigt die ist einfach nur zu geil freunde jetzt werde ich sie endlich mal sehen jetzt glaube wir drücken drauf martinez ist am stüssel ich werde nicht spielen mal gucken vielleicht werde ich verkauft okay also diese animation ist eigentlich gleich wie vom summer vacation event aber jetzt diese animation freunde boom alter guckt euch diese geile animation an ach das ist nice das ist einfach nur nice martinez sieht eigentlich ganz so leader aus aber ich weiß nicht das event ist ja auch so eine mischung aus top transfer und rivals event hatten ja auch einige von euch in den kommentaren geschrieben ich würde sagen wir holen uns eigentlich direkt mal die nächsten spieler ab und zwar luftus chief ist jetzt hier beim premier pass am start aber erstmal wo ich noch mal in die 600 premier punkt dafür sind sich auch noch sehr wichtig richtig genau zack 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 ja nunes ist ja auch richtig nice werde ich aber nicht spielen ich werde höchstwahrscheinlich verkaufen und wort war ja sowieso auch genau los schick ist eigentlich auch so genau das gleiche werde ich auch verkaufen aber wir holen uns jetzt noch mal ab freunde let's go gibt mir noch mal die wunderschöne pack animation ich hätte vielleicht gefühlt wie man diesen tunnel noch mal ein bisschen umgestaltet hätte weil der ist eigentlich gleich geblieben aber diese animation ist einfach nur richtig geil die sieht so nice aus mit diesen farben auch blauen rot sind einfach nur geiler also design technisch einfach nur weltklasse er ist die frage in die raum raus ich glaube er nicht hier martinez wird wahrscheinlich nicht ausgehen aber klar er wird vielleicht noch so auf die 97 mal gucken aber ich werde ihn wahrscheinlich nicht spielen ja ich weiß nicht ich werde ihn ja ich werde ihn spielen ja weil ich habe jetzt sowieso eine planerinnerung freunde wenn ich euch jetzt zeigen und zwar ich habe lange überlegt ich habe auch getestet und zwar habe ich mich um entschieden ich werde doch einen raffael war an spielen freuen ich habe noch nicht verkauft ich habe ihn noch in meinem team ich habe wenn ich ein bisschen abgeholt habe an diesem tag habe ich mir überlegt ja kommen wenn du mal so rein theoretisch überlegt ist dieser raffael war an doch eigentlich ein biß und dann habe ich ihn einfach mal meine aufstellung gepackt habe bisschen 1 gegen 1 mit ihm gezogen und der hat mich sowas von überzeugt und daher bin ich dann zum schluss gekommen würde jetzt sagen von daik tut mir leid aber planerinnerung du wirst jetzt erstmal ersetzt durch den guten war an ich mache jetzt hier noch verschiedene ränge auf raffael war an somit müsste der jetzt auch 105 haben sehr geil das ist doch mal richtig geil so raffael war an 3 wie gesagt hat mich einfach hatten und sechs als gewiss aber egal er hat mich einfach überzeugt von er hat mich halt einfach überzeugt die stats sind natürlich auch weltklasse ja wie gesagt er hat mich einfach überzeugt ich habe euch überlegt kommen später mit denen da kommt es verbessert es trotzdem einfach war ich habe aber gesagt kommt spielzeit kommen mit dem koks mal wieder so spielt und er hat sich ganz ganz geil gespielt ich bin zufrieden mit ihm und jetzt bin ich halt zu dem schluss gekommen ihn doch zu spielen und ich denke mal so eine verkehrte entscheidung ist jetzt nicht klar ich kriege jetzt halt nicht so viele coins wie es eigentlich vorkommt habe aber ist ja eigentlich jetzt auch nicht so schlimm weil rechter flügel wird ersetzt durch sancho lv kriege ich und kriege ich durch den starpass roberto carlos und ja linker flügel werde ich ja noch mal schauen und wir haben die 119 let's go das ist doch mal sehr sehr geil so jetzt können wir auf jeden fall den guten vandai auch noch mal verkaufen der ist ja gar nichts mehr wert der markt ist auch komplett gecrashed irgendwie alle spiele sind richtig günstig geworden keine ahnung was da abging okay eigentlich dann warte ich jetzt noch mal bis da eine dinge kommt eine kaufmenge aber der mark hat sich richtig gecrashed also das alles runter gegangen ihr seht es auch in meinem team wert naja vielleicht ändert es ändert sich bestimmt mal weil es neues event ist und es musste erst mal wieder so zurecht finden generell also der markt ist ein bisschen komisch dieses dieses jahr ich würde sagen wir machen jetzt hier noch ein umtausch und wir machen jetzt hier noch ein umtausch und vielleicht könnt ihr was ich auf jeden fall begrüßen würde sagen wir mal so was ich auf jeden fall begrüßen würde und dann gehen wir rein in den umtausch dann gehen wir rein in den umtausch ich habe es da nicht geguckt was dafür spieler gibt aber egal kommt ihr bitte gut bitte können was gutes ich weiß es jetzt nicht so genau okay england eigentlich immer gut tottenham denn 92 jahre ist glaube ich keine fünf millionen mehr wert oder ach schade das andere hebe ich mir dann für den stream auf ich habe es sogar schon mal ich hatte ja schon mal so ein umtausch gemacht war perfekt ist einfach den gleichen das war es an der stelle auch wieder komplett ich würde sagen soll es gewinnen sein mit dem video wenn es euch gefallen hat ist kein like lasst kein abo da wir sehen uns dann morgen wieder in alter frische macht's gut freunde bis morgen haut rein